Janne. Paul. Was gab's bei dir gestern zu Weihnachten zum Essen? Öh. Was? Einen fetten finnischen Weihnachtsschinken. Was ist ein finnischer Weihnachtsschinken? Ich glaube, ich... Also meine Oma, die aus Finnland kommt, macht den. Und ich bin mir relativ sicher, dass es den auch in anderen Kulturen ziemlich ähnlich gibt. Aber der ist finnisch. Aber der ist finnisch. Ja. Nee, die hat jetzt... Das ist zwar so crazy. Mein Vater hat heute das Fleisch dafür geholt. Also für Kontext, ne? Wir haben noch nicht Weihnachten bei uns. Wir haben Freitag. Aber die Folge kommt ja am Montag. Das heißt, gestern war Heiligabend. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nee, mein Vater hat heute so einen fetten Schinken geholt. Den haben wir vorbestellt. So einen ganzen oder was? Ja. Sieben Kilo. Junge, das ist ein Stück Fleisch, Alter. Ein Maststück. Und jetzt können wir... Also wir sind nicht zu meinen Großeltern gefahren. Also zum... Mütterlicherseits, zum Teil der Familie, wollten wir eigentlich Heiligabend feiern. Ging's aber nicht, weil meine Mutter jetzt krank geworden ist. Also so richtig. Und muss halt Antibiotika nehmen und so. Ist halt feiern wir jetzt zu Hause, aber das Fleisch hat auch schon bestellt. Jetzt hat meine Oma den Braten halbiert. Also meine Oma fetterlicherseits. Und jetzt gibt's halt nur die Hälfte vom Braten. Nice. Aber es sind immer noch... Nice. Huch. Aber es sind immer noch dreieinhalb Kilo. Ja. Und die werden... Die müssen irgendwie wegkommen. Keine Ahnung. Aber das gute an dem Ding ist, das ist halt wie so ein Hinterschinken dann. Ja. Aber halt selbst gemacht so. Schmeckt auch übelgeil. Ist echt geil. Aber ähm... Tut mir leid. Was ist ein Hinterschinken? Ja, einfach den Schinken, den du halt im Supermarktregal kaufen kannst. Also den geslicen so. Ja. Ja, okay. Ja. Und so ist er dann, wenn er kalt ist, habt ihr so ein Bespannungsgerät, wo das dann so drin ist und ihr das dann so absäbeln könnt? Nee, nee. Für die andere Hälfte? Nee, der wird schon... Okay. Nein, nein. Es ist nicht so wie diese geräucherten Dinger. Ah, okay. Also es ist schon einfach ein... Ein Stück Fleisch. ...gepögelter und dann gekochter Schinken. Oder nicht gekocht. Ja. Der wird ja im Backofen gemacht. Naja. Ein angepöbelter. Der wird dann... Fick dich, du Arschloch. Slow cooked im Ofen. Ich glaube, der wird dann sechs Stunden im Ofen sein. Es ist gut, dass du es ignoriert hast, weil der wird zwar echt essen, aber ist okay, ja. Der wird dann acht Stunden, äh, sieben Stunden im Ofen sein, dieser Schinken. Und dann wird der bestimmt super lecker sein. Und dazu gibt es noch so finnischen Rüben-Auflauf. Das sind so Steckrüben. Sieht ein bisschen aus wie so Zuckerrüben, aber es schmeckt ein bisschen anders. Mhm. Und noch anderes Zeug, so Rosenkohl und Soße und Kartoffeln und sowas. Ein Nachtisch? Ähm, ich glaube, Vanilleeis und heiße Himbeeren. Oh, geht immer. Ja. Das ist geil. Kann man sich nicht. Das ist halt easy to do. Wird schon fett geschmaust an Weihnachten. Geil. Aber das ist dann, wenn ihr jetzt daheim bleibt, dann also nur Omi, deine Schwester, deine Eltern. Ja. Ja, ja, gut. Also heilig. Meine Freunde kommen dann später noch dazu, aber, ja. Ja, okay. Die ist ja auch bei ihrer Family, oder? Genau. Und dann kommt sie halt abends vorbei. Ja. Ja, heiliger Vormittag natürlich. Mit dem Essling natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, so. Hört, hört. Geil. Bei mir gibt's Hühnerfrikassee. Geil. Ganz kurz, also ziemlich gerade ein bisschen dämlich, aber was ist das überhaupt? Alter, Junge, also, ich hab das schon mal gegessen. Ja. Aber halt vor sechs Jahren oder so, als ich, nee, länger, sieben Jahre Veggie. Sieben Jahre kein Fleisch so rum. Oder kaum Fleisch. Jetzt ja wieder ein bisschen so. Davor hab ich es ungegessen. Keine Ahnung, das ist halt so Hühnchen, so, das kommt ja so aus dem Backofen, keine Ahnung, schon ganz lecker. So am Stück, oder? Nee, ich weiß es nicht. Okay. Das ist ein lange her, es war lecker, das weiß ich. Ey, der Name ist mir voll bekannt, weil ich noch nie gegessen. Ja, ja. Gühner. Also ich will es nicht googlen, weil ich weiß eh nicht, wie man schreibt. Nee, genau, aber da ist Funfact, warum das vielleicht nicht so das Geiste essen ist, ich will ja eigentlich weiterhin eigentlich vegetarisch leben, so. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich noch was mache, aber hm? So wie es aussieht, kann man so ein Frikassee auch mit Taubenfleisch machen. Maschallah. Das ist halt ein Ragout aus hellem Fleisch in weißer Soße mit cremiger Konsistenz. Zeig mal ein Foto. Ja, so wie ich das verstehe, ist das so eine... Wie hat er? Ja, ja. Ja, ja, sah ein bisschen anders aus, war glaube ich weniger grün, aber war lecker. Ja, ich glaube, schmeckt auch voll gut. Das ist so Denny Family Signature Dish, weißt du? Ja, okay. Das war so beim letzten Geburtstag, wo du gefragt hast, und was sollen wir zu Weihnachten machen? Und dann aus der letzten Reihe schreit so Hanna, Hüder Frikassee! Und dann so, oh, okay. Und ich hab halt so gelacht, weil ich dachte so, ja, war ein Witz. War kein Witz. War kein Witz. Muss mal gucken, also ich meine, ist das noch nicht passiert so? Ich werde nochmal nachfragen, ob es vielleicht irgendwas Vegetarisches auch gibt so. Und sonst muss ich mir halt selber was mitbringen. Ich überlege gerade, ob wir auch einen Signature Dish haben zu Hause, so was wir ständig machen. Ja, oder halt so, was heißt Signature Dish, aber so ein Weihnachtstisch, weißt du? Was es immer zu Weihnachten gibt. Ja, okay. Nee, das was wir jetzt machen, gab es väterlicherseits schon immer bei meinen Großeltern, aber meine Oma ist ja jetzt auch nach Deitzau gezogen und dann feiert die mit uns und deshalb gibt es jetzt halt dann das auch bei uns. Ja. Und bei uns war es aber immer unterschiedlich. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir oft so eine schöne Schweinelände gemacht. Okay. Und so Speck umwickelt und so. Schöne Soße dazu, ein paar Gnocchi und Knöckli. Knöckli. Geil. Gnocchi, ein bisschen Wirsingkraut oder Rosenkohl. Rosenkohl. Das ist geiles Essen. Ja. Bin ich großer Fan von. Bei uns gab es oft Braten, so, weißt du? Auch geil. Krustenbraten, so ein guter. Boah, ja. Auch so ein Salzberg, weißt du, so einig. Ich fand das echt bodenlos lecker. Richtig geil. Dazu irgendwie halt geiles Gemüse und so, ne? Selber gemachter Kartoffelbraten, oder so. Boah. Das ist auch mächtig. Kartoffelbraten auch underrated, wirklich. Ich kenne so wenig Familien, man sagt ja, das ist so ein schwäbisches Ding, aber ich kenne so wenig Familien, die an Weihnachten dieses, hier ist Seitenwürstchen mit Kartoffelsalat essen. Also das ist auch, mal ganz kurz, das ist auch großer Quatsch. Du kommst bodenlos. Junge, das ist so das geiles Schmausfest der Zeit, weißt du? Und dann kommst du da an, kriegst da drei Seiten in den Weg, Alter. Ja, richtig, Alter, wirklich. Also das ist wirklich eine Frechheit. Finde ich auch scheiße. Also, wenn das Tradition ist, verstehe ich, da entsteht dann so ein emotionaler Wert daran, aber das ist ja, also das wäre mir fast heilig. Selbst das Tradition ist, dann machst du Traditionen des Mittags zu machen und abends was Gescheites zu essen. Ja, ist so. Bei uns jetzt so, also am ersten Weihnachten, also Heiligabend, ist ja, ist bei Mama, mit meinem Onkel und meinen Cousinen, wird ganz geil, glaube ich. Und erster Weihnachtsfeiertag ist dann bei Papa und mein Bruder ist jetzt krank und das Einzige, an was er denken konnte, ist mir zu schreiben, Paul, kannst du übernehmen, die Knödel zu machen? Und ich so, ja, wenn es sein muss, ich glaube, ich mache es nicht so gut wie ihr, so, aber, zeitrechnisch ein bisschen schwierig, aber passt, so macht es Papa. Mein Typ kriegt da gut hin, hat er Zeit. Knödel mit Braten. Maschallah. Halt für mich halt Knödel mit Buttersauce und Bratensauce, ich bin da nicht so. Wadda hat mir, hab immer noch telefoniert vorher mit ihm so und er hat gemeint so, ja, ich mache dir eine geile Champignonsauce, ich so, ja, ist nice, aber ich bin ehrlich, ich werde mir einfach diese Bratensauce reinfetzen, halt ohne Fleisch, so, weißt du, aber wenn die da drin gekocht ist, finde ich es endmächtig, so. Boah, ich hab neulich ein Video gesehen, das wollte ich mal ausprobieren und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich so geil ist, da hat einer, also vegane Wunder, so ein Insta-Channel, der hat so eine vegane Gans gemacht. Aber der redet mir immer so ein bisschen zu relaxed. Ja. Der ist mir ein bisschen zu arg in der Yogastunde. Ja. Es ist, weil das, was er zaubert, ist immer kank, aber er immer so. Ist halt fast so einen esoterischen Touch irgendwie. Ja, Freunde, wenn Leute immer sagen, dass es nicht möglich ist, ein knuspriges Fleisch zu machen, muss ich sie enttäuschen, denn meine Tofu-Seetang-Mische ist entknusprig. Und das ist so, sieht immer ultra geil aus und ich will das alles essen, aber es ist so, ein bisschen zu langsam. Ja, so ein Touch zu langsam und ein Touch zu entspannt. Ja, ja. Ne, aber der hat so ein, der hat eine vegane Gans gemacht und die sah irgendwie echt gut aus. Richtig knusprig. Da war ich mir aber nicht ganz so sicher, weil, da hat es halt, der hat so diese Füllung, so das Innere hat der mit so Auslandpilzen so gemacht. Fand ich ganz cool eigentlich, weil du die Auslandpilze in so Fäden ziehst, dann hast du auch so eine Struktur. Diese farzige Struktur halt. Wie bei so einem Hähnchen oder halt bei so Geflügel. Und als Haut hat er Reispapier genommen und bei so Reispapier bin ich mir nicht so ganz sicher, weil meine Schwester hat es mal versucht vor einer Weile und das ist ganz krass missglückt. Ja, weil es bei dem Reispapier ist, glaube ich, so ein richtig schmaler Grat zwischen, es kann knusprig werden und es ist zu nass oder es wird zu feucht und dann wird es so schleimig irgendwie. Und zwar so eine ganz, also meine Schwester hat es mal gemacht und diese Füllung, die die da gemacht hat, die hat so Gemüsetaschen gemacht, es war echt geil, die Füllung, aber dieses Reispapier war zu nass und dann war das so übelst schleimig irgendwie und das hat sie so richtig in der Mund geklebt, es war richtig eklig. Geil. Da musst du, glaube ich, die Konsistenz richtig hinkriegen. Aber ich hätte schon mal Bock auf sowas. Ja, klingt geil. Ja. Thema zu relaxes Reden und so. Ich war gestern auf der Weihnachtsfeier von Superlicht, also Sören Manu, danke. War sehr schön. Superlicht. Super, das ist schon geil, Alter. Man muss überlegen, es gibt Superlicht, das ist ein Lichtlager. Dann gibt es Superkamera, die machen Kameras, also vermieten Kameras und dann gibt es Superglas, die machen Objektive. Das ist richtig geil und die haben alle diese gleiche Impact-Font, wo oben Super steht und drunter. Das ist so und so eigentlich ist es jetzt keine gemeinsame Firma oder so, aber die haben dieses kollektivste Ding und das ist so ein bisschen so ein Exclusive-Club. Irgendwie ganz geil. Das ist ein cooles Branding auch einfach, kann man nichts sagen. Genau, und dann war Michi auch da, unser Cutter. Michi, Gruß. Gruß. Grüße an Michi. Schreibt mal alle, heute machen wir das Fred bei Spotify, wie findet ihr Michi? Ja, wie findet ihr Michi? Und dann dürft ihr gerne schreiben, wie geil ihr Michi findet. Ich find's schön. Ich find Michi super. Er macht das ganz toll, er macht die ganz tollen Highlight-Clips von uns. Gefällt mir. Danke. Und der war da und der so, ja, ich muss euren Podcast ja manchmal doppelt anhören und so, weil er irgendwie halt mit einem neuen Format noch ein bisschen gucken muss, wo immer die Highlights sind und so. Ja, und dann hab ich letztens so, das war, da hat er, glaub ich, irgendwie Freunden unsere Spotify-Rap-Bewertung von uns gezeigt und es hat nicht quasi in einfacher Geschwindigkeit angemacht und gemeint so, Jungs, ihr seid viel zu langsam. Ich höre euch immer auf 1,5 oder so. Wir sind zu langsam. Alter, das ist krass, oder? Ich find's irgendwie gar nicht der Fall. Nee, hab ich auch nicht das Gefühl, aber er hat gemeint, wir machen manchmal so Pausen, weißt du, oder Geschwindspausen. Er hat ja auch gemeint so, ja gut, die andere Alternative ist, dass wir sie früher machen und uns alle zwei Sekunden unterbrechen, weißt du, weil wir Angst haben, dass es irgendwo hängen bleibt und so. Also ich find's, ich find's entspannt. Aber ich glaub, ich glaub, es ist auch so ein Gewohnheitsding. Wenn du anfängst, immer auf 1,5 zu hören, dann ist halt 1,0 zu langsam so. Ja, safe. Ja. Nee, bin da auch zufrieden. Safe. Das ist genau der Moment, wo ich euch sagen kann, heute. Also, ach, stimm mal, stimmt eigentlich. Frohe Weihnachten, haben wir schon kurz gesagt, aber ich hoffe, wir haben ein schönes Fest mit eurer Familie. Heute ist ja wirklich erst Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag, ne? Wir wünschen euch dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ihr hört die nächste Folge dann erst im neuen Jahr. Das ist unsere letzte Folge dieses Jahr. For real? Ja. Oh, scheiße. Doch, weil die kommt doch jetzt Montag dann, 25. und dann ist es noch eine Woche und Sonntag ist Silvester und dann ist der erste. Alter, kranker Scheiß. Ja, okay. Oha. Oha. Na, krass, oder? Ja. Ja, gut, okay. Weihnachtsfolge und letzte Folge dieses Jahr. Sick. Bisschen kurze Weihnachtszeit, ne? Das kam mir so kurz vor, die Weihnachtszeit. Es war, ich meine, es ist auch die kurzmöglichste. Das war die kürzeste, ja. Ja, hatten wir, hatten wir ja letztens davon. Nee, krass, genau, was ich sagen wollte ist, schöne Weihnachten, viel Spaß mit euren Familien, lasst euch nicht stressen, genießt die Zeit. Es ist bestimmt sehr schön, kommt ein bisschen runter, vor Weihnachten stress hat jeder gerade, dann reden wir gleich noch ein bisschen drüber, dann ein bisschen abkotzen, grüße ich aus den EMBW. Groß. Nee, und was ich sagen wollte ist, noch, weil das ein guter Punkt, 12 Minuten drin, Folge bewerten. Wir freuen uns über 5 Sterne, über ein Follow und auf Social Media Plattform vorbeigucken. Ja, genau. weil es gibt gerade regelmäßig Gewinnspiele bei uns auf Instagram. Das lohnt sich, lohnt sich, über das Dolby Cinema zum Beispiel. Esslinger Traumpalast hat einen weiteren Kinosaal fertiggestellt, wo man sich überlegen kann, reinzugehen. Vielleicht gibt's da was, auch mit Dolby Atmos. Und Laserprojektion, nicht Doppel-Laser, aber Laserprojektion. Ja, vielleicht gucken wir mal auf Instagram vorbei. Schon ziemlich schick und wahrscheinlich immer noch besser als 80% der Kinos, die es sonst so gibt. Ja, richtig. Da kann man echt nix sagen. Ich hatte es gestern so, gestern habe ich wieder schön die Marketingstrategie hier, nee, eine Campaign gefahren quasi auf der Feier, weil alle so, oh hier der Traumpalast-Vertreter ist da, weil hier alle TikTok oder so kennen halt und so. Erstmal schön Werbung gemacht. Ich glaube, jetzt kommen ein paar Kunden vorbei. Ja, wie. Das haben sie gebraucht. Das war eigentlich wirklich, also ohne mich, also wirklich, da wäre niemand da gewesen. Das ist ja wirklich immer leer. Ja, ne, genau, wollte ich nur sagen, freuen uns über eine Bewertung. So, Punkt. Alter, wir haben noch gar nicht über dein Outfit geredet hier. Stimmt, ja. Maschallah, was trägst du heute? Erzähl uns, ja. Ich trage heute einen Anzug, also einen Sakko und eine Hose. Eigentlich wollte ich mir nur noch so eine Hose kaufen, das habe ich mir von meinen Eltern gewünscht zu Weihnachten. Dann ist es aber doch eine Hose und ein Sakko geworden. Zurecht. Und jetzt ist es einfach ein sehr schöner Anzug. Ja. Der mir sehr, sehr gut gefällt. Mit einem cremeweißen Turtleneck. Mhm. Es sieht einfach sehr distinctisch aus. Ja, mir gefällt es richtig gut. Ich finde es so, das tragen halt nicht viel im Alltag, aber ich finde, das kann man schon machen. Ach, es ist halt, ja, es ist halt ein anderer Stil so. Ja. Und ich glaube aber, dass es halt, weißt du, wenn es jetzt so ein dunkel-schwarzer gewesen wäre, dann könntest du halt nicht im Alltag tragen. Aber ich finde so, kann man das schon an so einem geilen Dateabend, so wenn beides sich schick machen. Mhm. Ja, und das ist aber, keine Ahnung, ich probiere mich da. Eine schicke Bar oder so, weißt du? Ja, Mann, da habe ich schon Bock drauf. Oder? Mal den Podcast auf. Oder mal den Podcast damit auf. Willst du aufstehen, nicht einmal umdrehen? Nein. Und ich habe es so gekackt, ich wollte mich eigentlich richtig schäbig anziehen mit so Jogginghose und so, weißt du, aber diesen Kontrastgrößen und ich sehe normal aus wie immer. Aber es sieht sehr gut aus, kann man nichts sagen, es ist wirklich, es ist sehr schick. Bei den Loafers. Ja, Mann, ich probiere mich ja gerne aus und es macht Spaß. Und mir gefällt es sehr gut. Ja. Ist nice. Nice. Anne. Paul. Was ging die Woche? Gar nicht mehr so viel eigentlich. Ich habe mir gedacht, gehe ich noch an die Uni oder nicht, habe mich dagegen entschieden. Es passiert eh nicht mehr viel vor Weihnachten. Da machen die Professoren nur arschunlustige Weihnachtsvorlesungen. Also gut, teilweise sind die vielleicht ganz cool. Ja, aber mal egal. Hat auch so noch genug zu tun, ein bisschen gearbeitet und so. Und dann war ich gestern im Weltweihnachtszirkus. Boah. Ja. Und meine Freundin geplant, das zählt. Richtig sick. Also irgendwie, ich war ewig nicht mehr im Zirkus. Also wirklich ewig, ewig. Ja. Ich glaube, das letzte Mal im Zirkus war, war ich neun oder zehn Jahre alt. Also irgendwie sowas. Und ich wusste nur, dass der Weltweihnachtszirkus halt so ein Ding ist, weil da voll die krassen Artisten und sowas auftreten und das nicht nur so ein Hinterhofzirkus ist, sondern halt so, da sind so die krassesten dabei. Die verdienen wirklich Geld. Ja, genau. Und es war schon ziemlich, ziemlich impressive. Also ich war richtig mitgerissen. Irgendwie auch viel mehr als früher, als Kind so. Als Kind war mir das irgendwie ziemlich egal. Also ich fand das als Kind nie cool. Zirkusse? Zirkusse? Zirki? Zirkula? Zirken? Zirken. Und du fandest Zirken nie cool? Ne, fand ich nie cool. Ich weiß nicht, ich hab da gar keine, ich hab da so, ich weiß nicht, dass ich im Zirkus war. Und ich glaube, es war jetzt nie kacke, aber irgendwie so. Ne, war nie kacke, aber es ist irgendwie jetzt auch nicht so krass im Kopf, dass man sagt so, Alter, Zirkus. Ja, lass mal jetzt den Zirkus gehen. Boah, krank. Ja, weiß ich nicht. Mir war am Arsch vorbei. Aber das war richtig, richtig sick. Das war ein richtig cooles Erlebnis. Ist das so einer mit Tieren? Äh, die haben, nur Pferde und Hunde sind zugelassen. Boah, das ist cool. Die ändern ja jedes Jahr die Show. Ja. Also es sind immer andere dabei. Und dieses Jahr waren keine Hunde. Andere Pferde und Hunde. Da sind Pferde dabei. Mhm. Also ganz ehrlich, fand ich am wenigsten impressive. Also obwohl ich weiß, dass da voll viel Arbeit wahrscheinlich drinsteckt, so zehn Pferde koordiniert irgendwie durch so eine Manege zu ziehen. Ist ja im Endeffekt trotzdem nur ein Gaul so. Genau. Und ja, genau. Also im Endeffekt ist er halt trotzdem nur zehnmal im Kreis gerannt. Ja. So, ja. Ja, ja, ja. Also ich meine, das ist so das, was ich halt gesehen habe. Ich konnte schon diesen Arbeitsaufwand, verstehe ich dahinter. Und er hat scheinbar auch beim Zirkusfestival, der hat immer gesagt, beim Zirkusfestival in Monte Carlo Gold gewonnen. So, das internationale Zirkusfestival. Also so wie ich das verstanden habe, ist das internationale Zirkusfestival in Monte Carlo so ein bisschen was wie die Oscars für Zirkusartisten. Ja. Auf jeden Fall hat der da Gold gewonnen mit seiner Pferdeshow. Maschallah. Die konnten halt laufen auf zwei Beinen, die Pferde. Also auf ihren Hinterbeinen. Okay, das ist actually impressive. Das sah schon, das sah crazy aus. Aber irgendwie auch falsch, oder? Bisschen, ja. Ja. So, weil dieses Pferd richtig gestresst aussah, als es da oben war. Sieht so schon jetzt aus, als wenn du so einen zu großen Menschen so auf die Eisbahn stellst oder so. Weißt du, boah. Das war schon crazy. Aber so die Balance ist ja komplett auf bei den Viechern. Der hat auch immer so drei oben gehabt und dann ist eine von den Pferden fast, weil es die Balance gehalten hat, fast das andere geschlagen so mit seinem Huf und ich dachte so, ah, jetzt skadiert es gleich. Nee, aber war ganz witzig. Aber am meisten impressive, was war eigentlich am krassesten? Am krassesten waren die Hochseil-Akrobaten. Die sind auf so einem Stahlseil, so zehn Meter, also ganz oben in der Manege, sind die so auf so einem Drahtseil gelaufen. Der eine hat da so also die kam aus Lateinamerika. Einer hat auf dem Seil getanzt. Einfach so ein Cha-Cha-Cha oder irgendwas. Also irgendwie so sah halt so lateinamerikanisch aus, der tanzt und der hat einfach drauf getanzt. Ich so, ich konnte es nicht mehr auf den Boden. Ja, richtig. Chef, impressive. Der macht das auf so einem Seil, so zehn Meter. Da waren da noch so andere, also die fand ich halt crazy, weil die das so effortless haben aussehen lassen, wie die einfach da drauf rumgelaufen sind. Das war richtig, für die so, ja, normales Business. Weißt du, ich kann nicht mal auf einer Slackline stehen, und die laufen, und die sind auch, die sind ja auch da hochgelaufen. Da war so ein schräges Seil und die sind an diesem 45-Grad-Seil hochgelaufen. Ich fand das crazy. Also das fand ich sehr impressive. Hatten die so ein Netz drunter oder war das noch so? Unten war so eine, so eine Matte. Das sah aus, also so eine aufgeblasene. Die sah aus wie so eine Weichboden-Matte, das? Ja, die Feuerwehr hat was für Dinger, wenn so ein Haus brennt und die dann rausbringen müssen. Oder wenn du so eine Badeseen bist und dann so einen Katapult machst, weißt du? Ja, genau. So ein Teil. Ja, bloß halt ohne Katapult-Funktion. Schade. Nee, aber es ist keiner gefallen. Da hockt ein Pferd drauf und fällt da runter, fliegt ein Pferd in die Manege. Die haben die auch angekündigt mit Most Impressive Hochstile-Gruppe. Fand ich krass. Fand ich sehr cool. Und es waren zwei aus Peru da, Junge, die, also generell, diese Zirkus-Artisten, die bestehen ja nur aus Muskeln. Das ist so crazy. Das ist bodenlos. Kein Gramm Fett am Körper. Die bewegen sich und der Körper sieht aus wie so eine Maschine, die sich so irgendwie verformt. Das ist krass. Die Ästhetik, oder? Ja, das ist crazy. Und da waren so zwei aus Peru da, die haben so Handstand-Akrobatik-Sachen gemacht und die haben Weltrekord aufgestellt, für die meistens Stufen gelaufen, im Kopfstand. Zur Erklärung, der eine steht und der andere ist mit dem Kopfstand auf dem Kopf vom anderen. So ohne Hände, so. Der hat darauf balanciert und dann ist der, der unten stand, ist quasi Treppen gelaufen damit. Und die haben Weltrekord aufgestellt, der ist 97 Treppenstufen gelaufen mit seinem Kollegen auf dem Kopf. Während der Kollege einen Kopfstand auf seinem Kopf gemacht hat. Und den Kopf balanciert hat. Ja. Alter, ich will den in den Nacken sehen. Das muss ein Mastnacken sein. Ich habe ein Video gemacht, aber ich kann es nicht zeigen. Nee, das kannst du es nicht machen. Aber war sehr, sehr impressive. Fand ich krass. Ja. Aber bei ganz vielen von den Sachen so, da bin ich vielleicht auch ein bisschen langweilig. Da denke ich mir immer so, ja, ist impressive, aber warum? Also so, warum macht ihr das so? Okay, cool. Also irgendwie so, ich glaube, man ist aber auch ein bisschen abgebrüht, weil man halt ganz viel auch auf Social sieht und so immer so. Aber irgendwie auch da denke ich mir immer so, jo, ist cool, Bro, aber hast du da jetzt, also so, gut, also bei Social Media denke ich mir öfter so, was bringt dir das jetzt? Ich meine, die Artisten, die verdienen damit ihr Geld, das sind ihr Job, ihre Leidenschaft, blablabla. Aber ich denke immer so, ich frag mich, wie viel die verdienen. Ja, also es macht schon sehr lohnend, weil die müssen sich schon koppelig komplett zerlegen, glaube ich, oder? Ja, und die machen gerne einen Monat Weihnachtszirkus und ich weiß nicht, wie lange der geht. Gut, ich meine, die Leute, die da waren, werden nicht so die Probleme haben, irgendwo aufzutreten, weil die halt irgendwie teilweise scheinbar die krassesten der Welt sind und so. 97 Treppen mit dem anderen auf den Kopf hochladen. Ja, aber in so einem normalen Zirkus mit so, keine Ahnung, wo du auch nur ein paar Wochen immer irgendwo bist, in irgendeinem Dorf oder so. Ein weiter Tourst. Stell dich mir scheiße vor. Gab es, bei dir auch in der Grundschule, gab es einmal im Jahr immer irgendwelche Kids, die da waren, aus dem Zirkus, die halt noch in die Schule mussten. Hatten wir nicht. Ja, guck mal an. Wir hatten das. Krass. Irgendwie einmal im Jahr oder so war dieser Zirkus in Zell so. Ja. Und dann war immer irgendein Kid da, das war immer so fünf Jahre zu alt, aber es war halt noch in der dritten Klasse, weil halt alles auch rumgereist ist und das Jahr halt nicht fertig machen konnte oder so, weißt du? saß dann so da und es waren immer die coolsten. Yeah. Der war irgendwie so, der hat so irgendwie so eine Show gemacht, hat so Feuerspucker gemacht mit neun, weißt du? Wir waren halt so sechs und wir waren neun, der war wahrscheinlich zwölf und wir fanden ihn halt endcool. Und er kam jeden Morgen zu spät. Yeah. Und dann so, ja, später muss ich noch eine Runde üben gehen. Yeah. Und der war halt aber richtig Arsch in der Schule immer. Also die waren halt alle immer so ein bisschen so, man hat gemerkt, dass die es halt schwierig haben, weil sie halt nicht diese Routine drin haben. Ja, ich find's auch so. Jede Woche die Sachen wechseln muss, die hatten auch gar keinen Bock auf uns alle. Macht ja auch Sinn, weil, Alter, wenn du alle zwei Wochen dann oder jeden Monat dann in einer neuen Klasse bist. Du würdest da keine Freunde halten können. Genau, und das ist so, damals hab ich so, klar hab ich es nicht ganz gecheckt auf der Art, aber so im Nachhinein so, boah, ist schon heavy, ey. Aber es war immer dope. Die waren immer da und die waren cool. Ja. Wenn auch mal ein Schlagzeuger oder ein Sticks dabei und dann saß er so in der Klasse und dann so immer so in der Luft gespielt, so weißt du so, yeah, was machen wir. In so einem Highschool-Film. Ja, richtig. So wirklich so, so wirklich so Highschool-Musical. Und was könnt ihr so? Und dann zieht seine Sticks raus und dann, hier, gebt mir mal das Mäppchen. Zack. Und dann so dann fängt er an so ein bisschen zu drummen, weißt du? Also, yo, man, sick, David. Sick, Beats, yo. Kranker Stiff und dann packt jemand so sein Keyboard aus. Ich mag Electronic Music. Ja, richtig funky. Ja. Das ist die geilste Highschool-Musical-Szene, wo die ihr scheiß E-Keyboard auspackt. Camp Rock, Camp Rock war's. Ja, Camp Rock. Was hab ich gesagt? Highschool-Musical. Ja, auch scheiße. Camp Rock. Und sie fängt da zu spielen, nimmt die rein, legt sie und die andere einfach nur, weil ich das kann. Vor allem alle so, yeah. Sick und es kommt nur so ein komischer funky Beat raus. Das ist auf die Niveau von diesem, es gibt nur dieses Friday-Gan-Interview, wo da so ein kleines Beat zusammenbaut. Und dann hast du mir diese Parodie geschickt, wo die so einfach nur so Goofy-Sounds drauf gemacht haben. Kurz angehört. Ey, vor allem, ich check's gar nicht. So wild, Alter. Wir konnten das erwachsene Leute abnehmen und sich denken, das machen wir. Vor allem, ich hab den Film ja auch als Kind gesehen, das ist mir da nicht aufgefallen. Nee, wir haben ja irgendwie letztes Jahr angeguckt und dieses Jahr irgendwann mal so, das ist sehr unterhaltser gewesen. Das ist so witzig. Das ist richtig Quality-Shit, wirklich. Was? Alter, Alter. Oh, wild. Wo waren wir grad? Weihnachtszirkus. Aber sind wir eigentlich auch schon fertig? Was hast du gezahlt? Wie lange war die Show? Ich hab nix gezahlt. Meine Freundin hat das ja gemacht, weil wir schenken uns ja immer so ein Day-Dier-Monat gegenseitig. Ich glaub, 49 Euro hat eine Karte gekostet. Wir waren aber auch in einem schlechten Bereich. also die vor der Bühne, da kannst du 150 Euro, glaube ich, ausgeben oder so. Also direkt vor der Manege. Manege. Das Ding ist, ähm, wie lang war die Show? Drei Stunden. Drei Stunden? Ja, okay. Mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Oh, auch geil. Pause immer gut. Ja. Kurz rausgehen, Toilette. Halben Stunde Pause. Und, ähm, ja, also ich, nee, ich fand's schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Ich glaub, wenn man da so ein Fan von ist und ich glaub, Weihnachtszirkus, da kann jeder so ein bisschen was mitnehmen, weil die halt richtig impressive sind, die Leute, die da auftreten, so. Ja. Weil das ist halt kein, also du weißt, dass du da Qualität bekommst, wenn du hingehst. Das ist kein Dorf, Dorfzirkus da. Und ich fand's schon ziemlich impressive eigentlich. Also ich hab mich schon sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, klingt schlecht. Es ist nicht günstig, aber andererseits, da sind so viele Leute beteiligt. Ja, ohne zwei, die hatten eine Liveband, die da gespielt hat. Also immer diese Zirkushits wurden von einer Liveband gespielt, die da stand. Diese Künstler sind scheinbar voll krass und müssen bezahlt werden. Und es waren nicht wenige. Ja. Das ganze Setup und so. Du kannst an der Wasengelände gemietet dafür, dieses riesen Zelt. Nee, ich find ganz ehrlich, also ich hab's auch 60 Euro noch in Ordnung gefunden. Ja. Ich glaub, alles drüber, so 70, wär so, hm, hm. Es waren halt die günstigsten Plätze. Also nicht ganz die günstigsten, weil wir wollten noch was sehen. aber so auf den, ja, nee, ist eigentlich fair. Also wenn man den Aufwand und so beachtet, dann ist schon fair. Und ich mein, das ist ja auch eine Sache, klar, erinnern dir die Programme jedes Jahr. Ich glaub, wenn du Fan bist, das Kunde gehst halt jedes Jahr hin. Aber weißt du, wenn du jetzt nicht so ein Fan bist, ist es, glaub ich, cool zu machen und dann kannst du es so in fünf Jahren nochmal machen. Ja. Wenn du dir denkst, so Alter, mal wieder Bock auf Zirkus. Also weißt du, ich mein so, so von vielen Dingen. Ja, die hatten auch so ein fettes Vorzelt, wo du so Popcorn oder so Zeugs kaufen konntest. Und das sah auch voll crazy aus, da haben so ein Kronleuchter drin und sowas. Da konntest du auch noch was essen. Die hatten so ein Bistro noch dabei, so ein Restaurantmäßig, wo du ein Drei-Gänge-Menü dir vorbestellen konntest. Oh, geil. Vor nochmal 50 Euro. Ja, wirklich. Ja, klar, gut. Aber, ja, ist halt Premium Zirkus, Premium Experience, aber hat echt sehr viel Spaß gemacht. Klingt gut. Super cool. Ja. Meine Woche war Arsch. Es muss sein. Ich muss, ich muss ein bisschen renten. Ja, mach. Es ist so los. Leg los. Also, Freunde, ich, vor ein paar Wochen noch, Weihnachtsmarkt kommt auf, ich Geburtstag feiere. Geil. Drei, viermal Weihnachtsmarkt gewesen. Ich richtig Stimmung, weißt du. Ich so, geil, Weihnachten, Weihnachten, zick. Und dann ging's los. Da war auch schon viel zu tun, ne? Aber ich hab irgendwie immer gekriegt, so, ah, komm, ah, ist ein paar Stunden frei, meine acht Stunden Schlaf, so, irgendwie, schon getätigt, hat funktioniert, ne? Kein freier Tag, aber es ging. Es wurde immer mehr. Projekte, 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 Abgaben, 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 irgendein Scheiß, ne? So, okay, selber eingebrockt teilweise, klar. Ich hab aber das Gefühl, ich bin ziemlich gut in Selbstorganisation, so, das kann man mir, glaube ich, nicht abschreiben, ich kann das. Ähm, es wurde einfach zu viel. Es wurde mehr, es wurde mehr, so, alles gut. Mal einen Tag frei gemacht, so, weil, sonst wär's viel gewesen. Und dann kam jetzt wirklich die letzten zwei Wochen. Nochmal eine Produktion gehabt, hab ich letzte Woche erzählt, war sehr geil, war cool. Ähm, und dann aber halt auch so, irgendwann diese Erkenntnis so, okay, Paul, so, du hast so wenig Zeit, dass du's nicht hinkriegst, deine Bachelorarbeit vorzubereiten, die im Januar jetzt drankommt. Weil's halt Probleme gehabt mit, okay, wie ist die Implementierung von Sachen, wer ist mein Prüfung, und so, und was. Irgendwann geklärt, dann hab ich mich aber nicht weiterhin viel drum gekümmert. Ja. EZ, nicht wenigstens zu zeigen. Antrag stellen müssen zur Fristverlängerung. Weil ich, Vollidiot, dachte mir halt so, ja klar, 8. Januar, dann kann ich's ja auch einfach am 1. Januar schicken, die Fristverlängerung. Ja nee, da ist niemand im Büro, Paul. Nicht jeder ist ein Vollidiot wie du und arbeitet an einem Feiertag, weißt du so. Also so, es gibt Menschen, die haben einen normalen Arbeitsrhythmus, die beneide ich so. Weißt du, und dann, okay, kacke, das muss jetzt diese Woche noch passieren. Anrufen, klären, die Stars, irgendjahr ist geklappt, abgegeben. Dann im gleichen Zuge, Buchhaltungssoftware, Probleme gemacht, weißt du. Wochenlang, also ich hab's eine Weile dann gekündigt gehabt, weil ich dachte, vielleicht krieg ich ein geiles Angebot für Big Friday, blablabla. Versuch hat nicht geklappt. Schön. Dann gab's das Problem, dass die Bankverbindung, also ich lese ja bei der Bank aus, was meine Transaktionen sind, die ich dann in LexOffice einfügen kann und verarbeiten kann. An sich nicht so, an sich ein geiles System funktioniert. Hat eine Weile nicht funktioniert, weil es irgendein Übertragungsprotokollfehler gab. Ich in der Zeit natürlich aber die ganze Zeit, okay, ich deaktive das Bankkonto und ich verbinde es neu. Neu einloggen, zack, zack, zack. Dann hab ich das so oft gemacht, dass in dem Moment, wo es wieder ging, wo dieses Protokoll wieder funktioniert hat, wo alle Kollegen gesagt haben, ja, bei mir geht's wieder nicht so, ja, bei mir geht's immer noch nicht, hab ich nämlich festgestellt, dass es dann von LexOffice wieder ging, aber N26 sich gedacht hat, ah, da hat sich irgendjemand so echt oft versucht einzuloggen. Also wirklich so ein bisschen zu oft. Komm, wir machen das mal, wir blockieren das. Wir machen nochmal zu. Komm, reicht mal. Wir schützen ja unseren Kunden. Boah, Banken, Alter. Wirklich. Das heißt, ich, N26, Support. Premium-Support. Na, super geil. Premium-Support. A.K.A. 10 Minuten in der Warteschlange warten, bis ich dann mit jemandem chatten kann. Mit Andy. Hi, Andy. Ich kann dir da genau helfen. Gar kein Problem. Na, wer ist denn das? Verifizierung, bla, bla. Aber du musst ja auch erst mal drauf kommen, dass das das Problem ist. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn du eine Pop-Up-Nachricht bekommst, drückt man auf OK und macht weiter. Ja. Ja. Ja, ja. Bist du den Punkt. Das Ding ist, bei so Bank-Sachen hab ich das gemacht. Früher mal. Das hat dazu geführt, dass ich ungefähr ein Dreivierteljahr kein Online-Banking hatte. Weil ich hab das da bei der Volksbank und die Volksbank war da ganz lange, also ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden mit Digitalisierung bei denen. War aber ganz lange der Fall, dass du 50 Mal in die scheiß Bank-Filiale musstest und mit irgendeinem Mitarbeiter einen Termin gebraucht hast. Net-Key kriegen. Um einen VN, genau, einen VN Net-Key. Dann fünf verschiedene Pins, fünf verschiedene Apps. Oh, du hast den gleichen da benutzt. Wir speichern die Prise nicht. Aber wir wissen, dass es der gleiche ist. Das darfst du nicht. Ja, und das ist, ja wirklich. Übrigens, du hast es jetzt gerade fertig gemacht. Nächste Woche kommt deine neue Karte. Du darfst alles nochmal machen. Ich hab bei einem Pop-Up-OK geklickt oder sowas. Zack, war Feierabend. Ich hab ein halbes Jahr lang, wusste ich das, das Pain ist, mich drum zu kümmern. Ich hab sie die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ich hab mein Konto schon immer am Bankautomaten gecheckt. Boah, reudig, Alter. Das war richtig scheiße. Ich wusste also, Paypal ging noch, weil das hatte ich davor schon und deshalb war es mir ganz lange egal und dann hat es mich irgendwann so gestört. Dann hab ich das mit der Bank durchgezogen. Ich hab legit, glaube ich, drei Wochen gebraucht, bis die Scheiße wieder normal war. Und dann, das hat mich so abgefuckt, Alter. Und jetzt hab ich mir diese ganze Scheiße auf so Papiere geschrieben, so was ich machen muss und was so ein Fall. Weil das ist der einzige Weg, wie diese scheiß Online-Mengen bei der Volksbank funktioniert. Es ist bodenlos. Ja, aber da kann ich gleich noch erzählen. Du hast gestern einen Banktermin. Dreieinhalb Stunden. Super. Wo war ich gerade? Genau. Dann hat es jetzt endlich wieder funktioniert und ich musste jetzt halt drei Monate an Buchhaltung nachtragen. manuell nachtragen teilweise. Also alles halt machen. Ich hatte gar keinen Überblick, was meine Einnahmenausgaben gerade in der Summe sind. Hab dann halt auch eine Weile lang, weil halt ihr die Bankverbindung nicht verbunden war, konnte ich eine Rechnung schreiben. Dann stand da aber kein Konto auf, das die Leute überweisen müssen. Das heißt, ich hab's teilweise sogar gemacht, dass ich eine Rechnung geschrieben hab, die runtergeladen hab, sie dann nochmal bearbeitet hab in Acrobat. Hasse das Programm. Bodenlose Scheiße, das Ding. Scheiße. Es ist an sich immer noch das Beste, aber es ist kacke. Man muss dafür zahlen, ich zahl dafür. Also weil ich ja ein Creative Cloud hab so, also es drinnen ist okay. Hab da quasi manuell meine Bankverbindung noch eingeführt, damit es den Leuten schicken kann so. Das Niveau war's, weißt du? Und das Problem ist ja, Dezember ist das letzte Monat, wo ich Ausgaben generieren kann, um meine Steuer quasi ein bisschen zu senken und so, was ja ein Thema ist, weil Einkommenssteuer halt viel ist so. Also müsste da ordentlich blecheln, dann muss ich nochmal ein bisschen gucken, Ausgaben generieren, bla bla. Das kam noch obendrauf, so dieser Stress quasi so im Sinne von, ich hab absolut keine Ahnung, was ich dieses Jahr jetzt wirklich verdient habe und wirklich ausgegeben hab so. Das muss ich klären. Plus dieses Ding so, ey, potenziell Verkauf ich gerade meine Bachelorarbeit, aka ich flieg im elften Semester raus, find's mir, ich werd nicht rausgedrungen, ich werd zwangsangemeldet worden mit irgendeinem Thema, was mich halt interessiert. Und es war so, klar, es ist alles so ein bisschen Eigenschuld, so ein Ding, und dann kommt's noch oben drauf. ENBW, meine lieben Freunde, wirklich der, oh, unser schöner, unser schöner Grundversorger, wirklich, wenn Leute, wenn's euch schlecht geht, ne? Ihr zieht um und ihr habt einfach keinen Stromvertrag. Die kümmern sich um euch. Die gehen hin und die geben euch Strom. Ist kein Problem. Für die, für den, für den schmalen Taler von, von 39 Cent die Kilowatt. Oh, das ist wirklich so grüßzügig von denen. Das ist nur ungefähr 20 Prozent teurer als überall woanders. Die sind aber auch wirklich, die sind ja wirklich selbstlos. Ja. Weil, die schicken dir dann auch einen Brief und die schicken dir auch jeden Monat die Rechnung. Ist gar kein Problem. Und weißt du, und wenn du dann acht Monate lang nichts zahlst, so wie ich zum Beispiel, das stört dir auch gar nicht. Die schicken dir einfach weiter eine Rechnung. Kein Problem. Weil, ähm, da ist nämlich der Punkt. Die haben mir acht Monate lang Rechnungen geschickt an der Adresse, die es nicht gibt. Ist die Briefe zurückgekommen? Nee. Äh, die sind da irgendwo, irgendwo sind diese Briefe angekommen. Irgendjemand hat sie. Ich nicht. Weil, jetzt kommt nämlich der Gag. Ich wollte ja meinen Stromtarif wechseln. Das hab ich schon vor vier, fünf Monaten gemacht. So, nicht direkt genug, aber vier, fünf Monate. Und es gibt immer das Problem so, bei, äh, meine Freunde bei, äh, was ist es, ähm, Lichtblick. Oh, Lichtblick aus Hamburg, weißt du? Die sind mir in der Kommunikation so ein bisschen zu frisch und jung. Ich glaub, die haben so erkannt, okay, ich bin ohne 25, jetzt machen wir mal Duzen und wir sind so ein bisschen lästiger, weißt du? Krieg ich immer so Mail und so, hey Paul, wir haben gemerkt, dass irgendwas bei der Tarifwechsel nicht geklappt hat. Kann es sein, dass deine, äh, äh, deine Zählernummer falsch ist und so? Nee, dann ruf doch einfach an, wir finden bestimmt eine Lösung. Yo, und ich so, ruf an. Hi Paul, wir haben gesehen, du hast ein Problem. Wir gucken mal, was wir tun können. Und ich so, ja, ich hab ein Problem, nämlich, dass ihr euren Job nicht macht, nämlich mich da rauszuholen aus diesem Grundvorsorger-Ding. Ja, wir haben festgestellt, da gibt es ein Problem und dann jedes Mal so, mh, ich glaub, jetzt haben wir es. Das könnte das Problem gewesen sein. Wir machen das. Du kriegst dann von uns nur positive Nachrichten. Eine Woche später. Hi Paul, wir hatten Probleme mit deinem Tarif. Kann es sein, dass dein Zählernummer falsch ist? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Fünfmal. Und ich so, jedes Mal anrufen, mit den Reden so, bitte Freunde, mach das. Ich will dich drum. Weißt du, das Ding ist, ich kümmere mich drum und dann sagen die ja jedes Mal so, diesmal, diesmal Paul, diesmal ist es das. Wirklich, kein Problem. Und ich, geil, dann muss ich mich ja um nichts mehr kümmern. Zwei Wochen später, hi Paul, kann es sein, dass ich, oh, man, nee. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt hab, okay Freunde, scheinbar, trifft sich hier eine geballte Inkompetenz, ich kümmere mich mal selber drum, ne, so wie ich bin, ruft bei EMBW, ruft, nee, sag bei einer Hausverwaltung, ruft da an, sagst du, Freunde, kann es sein, dass ich nicht angemeldet bin bei der EMBW? Die so, nee, hier schau, E-Mail, ich auch, meine E-Mail hab ich ja auch von denen, wo ich ja cc-t, ne, du bist angemeldet seit dem, Zählerstand, alles mitgeteilt, alles gut, nicht so. Okay, klasse, danke für die schnelle Antwort, sehr nett. Woran liegt's? Ich, Superlicht wieder, ne, nee, Superlicht, die sind nett, die mag ich, äh, Lichtblick, danke, wieder gemacht, die so, ah klar, dann legst du es da ran. Ja, es ist wirklich, Lichtblick ist bodenlos, wirklich so. Es könnte eine Sekte sein? Ja. Oder ein Energieversorger. Ja, oder Solaranlagen. Ja. Auch gut, ne? Ja. Oh, oder so Laser, ist auch ein Laser. Hm, stimmt, ja. Lichtblick, mit Lichtblick, ist ein grauer Star, Schnee von gestern. Ja, freu dich deine Kinder wieder zu sehen. Grauer Star, wenn du 500 Euro zahlst, für diese Zuckerkugeln. Sei dabei. Ich dann so, okay, mach das, die natürlich wieder, alles klar, Paul, daran wird's wohl gelegen haben, klasse, dass sie es geklärt haben. Oh Mann. Und ich glaube, ich rufe bei EMBW an, die so, ja, sie sind bei uns registriert. Ich so, das ist ja super, wo ist denn das Problem? Ja, du hast kein Problem. Ich so, naja, doch, ich hab noch nie einen Brief von ihnen bekommen, ich hab noch nichts gezahlt. Wie, sie haben nichts gezahlt? Ah ja, stimmt. Die Rechnungen wurden seit acht Monaten nicht beglechen. Und ich so, und das hat sie jetzt acht Monate lang nicht gestört. Ja, willst du, wo sie es sagen? Da müsste eigentlich eine Mahnung rausgehen. Und ich so, ja, nee, nee, stopp mal, weil, liegt ja nicht an mir. Ihr wisst, wo ich wohne, und das ist bei euch hinterlegt. Ja, ähm, aha, da, da sehe ich was. Ja, ihr Wohnsitz ist zwar die und die Straße, aber, ähm, der Zähler, äh, der liegt in der, in der anderen Straße. Gut. Und ich so, naja, Freunde, aber ich wohne da ja. Also, ich wohne ja in der Adresse, die ich euch angegeben habe. Und dann so, hm, ja, aber jetzt, da müssen wir mal zurückgucken in der Zeit. Früher war das ein alleinstehendes Haus, und das ist ja jetzt zusammengeführt worden mit dem anderen so. Ähm, aber der Zähler ist ja quasi noch auf die alte Adresse hinterlegt. Und, äh, ja, das weiß man. Und ich so, naja, ich wusste es nicht. Die Hausverwaltung wusste es nicht. Meine neue Stromarbeiter wissen es nicht. Alter. Woher soll ich das wissen? Ah, ja, das ist eine gute Frage, ja. Aber wir haben ihn auch an die Adresse, wo ihr Zähler ist, dann auch immer die Post geschickt. Und ich so, ja, Freunde, ich wohne da nicht. Wie, wie, wie stellt ihr euch das vor, dass ich an die Sachen komme? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich so, ja, kann man das dann ändern? Hm, nee, das muss der Wohnungsbesitzer machen. Das, also als Mieter können sie das nicht ändern, so, weil das ist ja eingetragen, Grundbuch und so ein Scheiß. Und ich so, alles klar, gut. Und dann sie so, ja, aber machen sie sich keine Sorgen. Wenn die Summe, die sie nachzahlen müssen, zu hoch ist, können sie es auch in Raten zahlen. Und ich so, Alter. Eben, wir wirklich, ihr seid so lieb. Es ist so, oh, die sind so lieb. Vor allem, also was ist denn da schiefgelaufen? Also da ist alles schiefgelaufen. In der Kausalkette bei denen, dass du acht Monate in der Wohnung lebst, keinen einzigen Cent für Strom zahlst. Das aber anzapft, weißt du? Das aber anzapft, also eindeutig den Strom benutzt und die wissen, dass du den Strom benutzt und wie viel du benutzt, die wissen auch, dass du nicht zahlst. Aber keiner kommt auf die Idee anzurufen und zu fragen, was hier los ist. So, hä? Sie ist auch so, oh, sie haben ja nicht mal ein Benutzerkonto. Spannend. So gut, ist auch irgendwie die Hausverwaltung dann verkackt so. Ich glaube, das ist so, also das muss ich offen sagen, MBW hat verkackt. Die Hausverwaltung hat verkackt im Sinne von, die wissen nicht, wo ihr Strom angemeldet ist quasi oder was die richtigen Adressen sind. Der neue Anbieter hat verkackt, weil, also Entschuldigung, die müssen auch irgendwie auch mal rausfinden so oder mal nachfragen können, ja Freunde, was ist denn hier, was könnte das Problem sein, weißt du? Und ich habe verkackt im Sinne von, dass ich mich halt zu spät darum gekümmert habe, weil ich aber halt immer dachte, dass es funktionieren wird, weil ich ja immer die Informationen, die ich habe, richtig weitergegeben habe, weißt du? Die Informationen, die ich halt hatte, waren halt falsch. Und das ist so der Punkt, so alle sind ein bisschen scheiße. Es ist schwierig, das auf eine Person zu pinpointen, aber es ist schon viel schief gelaufen. Es ist wild, oder? Und das ist halt noch so alles genau in der Zeit jetzt so, weißt du? Und dann so, oh, das müssen sie ja unbedingt dieses Jahr noch machen, unbedingt dieses Jahr noch. Ja, also wir sind jetzt auch, also nur noch bis Weihnachten da. Also aka die Woche, weißt du? Um halt das wirklich so manuell zu betreuen, weißt du? ZR-Stand können sie auch von anderen zu übermitteln, aber das ist so manuell zu betreuen jetzt so. Und jetzt kam halt die Rechnung, jetzt habe ich nochmal, also 520 Euro zahlen so. Daran soll es jetzt nicht liegen, so ich habe ja geplant, Aber die machen da jetzt nicht so ein Ding mit Zinsen oder so ein Quatsch? Nee, da haben sie, also ich habe es noch nicht genau reingeguckt, ehrlich gesagt, aber ja. Schön. Ich glaube, es ist unterhaltsam gewesen, aber auch verständlich Abfuck, oder? Ja, es ist schon nervig, weil es ist so, ja, es ist einfach eine sehr ungeschickte Korsalkette von Ereignissen, die ein bisschen reinscheißen. Ein bisschen reinscheißen. Und auch vom Timing her auch super ist gerade. Ja, und dann vom Timing her nochmal super dazu passen, dass es noch dieses Jahr passieren muss, bevor die alle im Urlaub sind. Wo ich eh schon richtig im Stress bin, wenig Schlaf habe, eh mies gelaunt bin. Ja. Ah ja, genau. Und meine Pflanzen habe ich entschieden, mich zu ficken. Aber ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich mich einfach dazu entscheiden, die alle weg und dann einfach neue. Junge, weißt du, wie teure Pflanzen sind? Ja, muss halt günstiger holen. Meine Pflanzen. Ich habe das Gefühl, wenn irgendjemand eine Pflanze besitzt, dann kriegen die so fünf bis zehn Setzlinge oder wie das heißt. Ja, Spresslinge. So Spresslinge für die eingepflanzt und dann versucht dir irgendjemand eine scheiß Zimmerpflanze anzudrehen, von der du weißt, dass die sterben wird. Ich habe das Gefühl, wenn du einfach bei Freunden fragst, ob die gerade irgendwie, ob die Pflanze gerade schwanger ist, dann kannst du auf jeden Fall ein paar Pflanzen abgreifen. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich hatte Videoleistungskurs. Okay, gut. Wenn zwei Pflanzen sich richtig lieb haben, nein, okay. Also, ich glaube, du würdest auf jeden Fall irgendwo Pflanzen herkriegen, weil wirklich so viel Stress, wie du die mit den Scheißdingern machst, das wäre mir egal. Mich kotzt halt an, weil das sind halt keine kleinen Pflanzen, das sind halt zwei Meter Wucherteile. Oder du stellst sie oben auf deine Dachterrasse und wartest einfach, auf die Dementen zu überleben und die stärksten, die holst du wieder rein. Die sind dann hoffentlich auch Schimmel- und Blattlaus-frei. Ja, weil das ist der Punkt, genau. Die Erde hat geschimmelt, die habe ich jetzt abgegrast. Und dann habe ich angefangen, als ich gesehen habe, dass die eine Pflanze, meine Lieblingspflanze, Blattläuse hat. Dann habe ich die in eine komplette Chemiebombe reingefetzt, die Scheißteile, ich habe die komplett eingegast. Das war krank, wirklich. Und dann hat er da richtig gelüftet, weil ich dachte, ich sterbe glaube ich gleich, wenn ich das lange einatme. Und dann war es so, ich so, ja, ich soll es machen, dann nächste Woche nochmal, ich habe am nächsten Tag direkt nochmal eine Ladung. Diese Pflanze wird überleben. Das ist ein Krieg, Alter, da wirklich, das ist eine Kriegszone gerade. Das sind ganz viele Leute, die sich an diesem, das ist so gerade so nahe Osten, weißt du, das ist das Öl im Boden. Der Öl im Boden ist die Pflanze. Und da kommt der Schimmel, der will sich die Erde krabben und es kommen die Blattläuse, die wollen sich die Pflanzen ziehen. Und ich beschütze das. Ich bin Amerika. Ich gehe da hin und verteile ein bisschen Freedom. Aber woher kommt das mit der Erde so? Feuchtigkeit. Ich meine, klar, das macht irgendwo Sinn, Zu viel gegossen, ich habe zu viel gegossen. Es macht irgendwo Sinn, dass es passiert. Aber es fuckt ab. Aber es fuckt ab. Also es würde mich entnerven. Also wenn ich so eine Zimmerpflanze hätte, du pflegst das Ding, sieht hübsch aus und sowas, passiert so eine Scheiße. Dann kannst du Hombach gehen, dir von so einem Mitarbeiter erklären lassen, warum dieses 20 Euro Mittel, warum dieses 20 Euro Pestizide, 20 Euro Pestizide, Pestizide kaufen musst, die wahrscheinlich noch Krebs in dir auslösen. Ich bin da hingegangen. Genau, das war der Punkt. Diese Woche, ich hatte ja Arsch viel zu tun. Dann war ich noch, genau, ich hatte diese Woche noch einen Zahnarzttermin, schön Zahnreinigung gefetzt. Die hat in meinem Maul rumgearbeitet, wirklich, das hat sich gefühlt wie so eine Mine oder sowas. Die war gnadenlos, Alter. Ich habe auch so, empfindliches Zahnfleisch, ich habe danach gefühlt geblutet. Ich glaube, ich habe danach erst mal so eine komplette Blutreinigung gemacht. Mein Kopf ist richtig, die Produktion ist angeregt, weißt du? Aber dass ich nicht da blass bin oder umgefallen bin, das ist wirklich ein Witz noch. Die hat da drin gearbeitet, die hat gestochert. Da kommt die mit diesem Strahlgerät, weißt du, dieses Pulverstrahl. Und dann so, ah, da stellen, da hängt noch ein bisschen. Die ganze Zeit, mein Mund offen, die ist so, na, sie müssen da ein bisschen mehr nach rechts drehen. Ich lege das auf diesen Stuhl, weißt du, mit dem Nacken so gefühlt so, und die so, die fängt da an, so rumzuarbeiten. Ich so, Mann, Schäfer, Alter, wie Zahnreinigung, geil, ich fand's richtig anstrengend, Alter. Mies, kein Bock. Und danach so, Timeslot, ich hab eine halbe Stunde Zeit, schnell zu Hornbach. Ich dahin so, ich habe Plattläuse, alles klar, Andi, gibst du mir den Pestizidenschlüssel, dann geht die so zu einem Schrank, schließt ihn so, und so drei Stellen auf, schiebt es so auf, weißt du, das ist es, das wird sie vernichten. Irgendwo aus so einem gesonderten Schrank, weißt du, und ich so, geil, ich brauch noch Blumen, weil ich muss die Sachen ja umtopfen, weißt du, okay, das Beste oder nichts, weißt du, pack mir das ein, steh daheim heute, ich roll meinen Teppich auf, mach Platz im Wohnzimmer, weißt du, bin die komplette Pflanze einmal abgegangen, hab jeden Laus abgemacht, weißt du, dieses ganze Ding, jedes Blatt einmal angefasst, sauber gemacht. Der Pflanze, die hat wirklich, ich hab diese Pflanze mehr berührt, als, keine Ahnung, jetzt so, meinen ganzen Körper in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich, oder so, weißt du, ich glaub so, das ist so, eine Dusche ist ein Witz dagegen, oder so, weißt du, das war eine Massage. Deep clean. Ich hab mich drum gekümmert, es war ein deep clean, ja, genau, richtig. Wie diese TikTok-Videos, wo wir so richtig so loslegen, ja. Und dann, ich so, geil, jetzt wird die Erde gemacht, ich leg diesen Ernstack hin, nimm eine Schere, mach oben auf, guck rein, die Erde schimmelt. Die ist seit einem Tag daheim, die schimmelt. Es kann doch nicht sein, dass ich, jetzt darf ich morgen, an einem schönen Samstag, weißt du, vor Weihnachten, vor Feiertagen, in Baumarkt gehen, weißt du, Samstag Baumarkt ist eh schon bodenlos vor Feiertagen. Und Blumen, da drin wird, da drin wird Bürgerkrieg sein. Ja. Das wird eine bodenlose. Den nächsten Sack, den ich hol, den mach ich im Laden auf, guck ihn mir an. Ich hab Tape dabei, dann mach ich ihn wieder zu, um mein Haus zu nehmen, aber der wird nicht schimmeln, dem keine schimmelte Erde in der Haus. Ich hab mir irgendwie heute diesen Tizen dort rausgemacht, dass ich das machen kann. Und dann hat es mich da auch noch schön gefickt. Ich bin gerade richtig tiltet. Ja, ich bin richtig pisst, Alter, wirklich. Es tut mir leid, Leute, es ist keine schöne Weihnachtsfolge. Also, die erste Hälfte war schön und Janne geht's gut. Also, Leute. Super. Boah. Danke. Wollte ich noch erzählen, in meinem Auto hat eine Maus gelebt oder sowas. Was? Ja, okay. So, gerade ist sie irgendwie gekommen, aber eigentlich voll witzig. Also, ja, gut, nicht so witzig, aber ich hab, ich hab, Funfact, neulich mit meinem Vater bei meinem Auto, also ich hab von meiner Oma jetzt das Auto übernommen, sozusagen. Ne alte C-Klasse. Die problematischste Baureihe, die Mercedes hier produziert hat. Naja, auf jeden Fall, anyway, haben wir da Zündkerzen gewechselt und eine Dichtung und dann haben wir dabei auch mal die Abdeckung vom Luftfilter weggemacht, da mal drunter zu gucken. Da hab ich entdeckt, in dem Luftfilter drin, hat sich irgendeine Maus eingenistet oder sowas. Da waren so richtig viele so gecrackte Nüsse und so Eicheln und sowas drin, so Reste und die Maus hat aus meinem Luftfilter so Stücke rausgefressen, so rausgenagt. Sonst sah mein Luftfilter einfach aus wie Arsch. Richtig kacke, weißt du, das Auto hab ich jetzt noch nicht so lang. Und wo ist die Maus? Die hat's, glaube ich, nicht gemacht. Also ich hab sie nicht gefunden, aber keine Ahnung. Naja gut, ich mein, das Ding ist, die kann ja einfach durch den Luftschlauch reinlaufen und dann da drin chillen. Und, ähm... Jungen, da musst du ja von Zapp sein. Du machst das Motor an, so... Ich mein, das war nicht mehr frisch. Also ich glaub, dieser Luftfilter wurde noch nie gewechselt in dem kompletten... Also das Auto ist jetzt 20 Jahre alt, über 20. Es wurde noch nie gewechselt, glaub ich. Und, ähm... Ich hab jetzt einen neuen Luftfilter bestellt, hab den noch reingesetzt, weil mein Auto hat so ein bisschen Probleme gehabt bei niedrigen Drehzahlen. Hat so ein bisschen gezuppelt und so, so ein bisschen so auf Zündprobleme könnte hinweisen. Deshalb haben wir die Zündkerzen so getauscht. Läuft jetzt wieder. Aber fand ich schon witzig, einfach so ein scheiß Mäusennest in meinem Luftfilter zu haben. Also auch wilder Ort ist so auszusuchen, so als Maus. Ja. Bisher noch keine teuren Reparaturen. Noch nicht? Nee, wenn's eine teure Reparatur gibt, dann ist das Auto weg, aber... Bis jetzt Daumen drücken. Noch geht's. Ja. Ich bin, ähm... gespannt, wie's weitergeht mit der Karre. Also falls jemand von euch für einen C-180-Kompressor, ähm... W203er Baureihe, Baujahr 2002, aus der Classic-Line, Türen in 744 Metallic-Silber hat, die nicht verhaustet sind, kann ich mir die gerne... Also wenn's da niemand findet, dann wär ich ja echt... Also das wär echt überraschend. Das wär sehr überraschend. Weil das muss ja... Also bei unseren Zuschauern sind das viele C-Klassen, 444 Metallic-Türenmenschen dabei. die ihre Türen nicht mehr brauchen in diesem Auto. Die müssen wir Airflow rollen, das ist so bodenlos. Ich hab mir... Ich suche... Bodenlos ist genau richtig eigentlich. Ja, halt wirklich, weil... Du wachst in diesem Auto, du kannst die Straße sehen. Na, noch nicht. Eine Dichtung hält uns noch davon ab. Aber wenn die... Also wenn da das Blech durchrostet in der Dichtung abfällt, dann war's das. Ich mein, ich hab noch... Ich hab noch TÜV bis 25. Bis März 25. Bis dahin brauch ich neue Türen. Na? Du brauchst auch dann nur neue Türen, wenn die das Mängel anmerken. Das wird auf jeden Fall ein Mangel sein. Aber ich brauch... Aber die... Das Problem von dieser Baureihe war irgendwie, dass sie zu viel Kupfer im Blech benutzt haben und dann hatten die schlechte Bleche und überhaupt haben sie Chemikalien benutzt, die scheiße waren für die... Für das Blech. Wussten sie damals nicht besser. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du das Ding einmal im Regen abstellst, dann ist basically überall Rost in dem Scheißding. Und halt, ähm... Bei mir halt hauptsächlich in den Türen, weil da auch das Wasser scheinbar nicht richtig ablaufen konnte bei der Konstruktion. Ja, also Mercedes, das Beste oder nix? Lieben wir. In dem Fall dann nach einer Weile nix mehr, weil der Rost halt alles aufgefressen hat. Aber sonst ist es gut, ein Schuss, fährt super. Ja, ne, fährt echt gut. Ist ein geiler Cruiser. Ist ein geiler Cruiser. Hat auch Leistung eigentlich. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder mehr. Es läuft schon deutlich besser jetzt, auch mit dem neuen Luftfilter und sowas, wenn da keine Nüsse sind, die von außen die Luft blockieren. Ja. Wenn da keine Maus drin hockt, die ein bisschen verstopft. Ist sehr stabil dann tatsächlich. Kann man nicht sagen. Ne, so ein paar Sachen muss ich noch machen, aber es ist cool, weil ich immer in meiner Freizeit, wenn ich so YouTube gucke und nichts zu tun habe, dann gucke ich mir so Serien an, wo Leute Autos rebuilden oder sowas. Das bockt hart. Weil ich liebe das. Ich finde das so geil, weil das ist irgendwie so, also wenn ich mir, ich meine, ich kann es mir aussuchen, aber wenn es nicht so ein Job wäre, der so arschschlecht bezahlt wird, fände ich das richtig geil, so Autorestauration. Ich meine, klar, wenn du deine eigene Werkstatt hast und JP Performance bist, bist du so keine Realprobleme. Aber ich finde, es ist ein richtig geiler Prozess, weil du aus so was Altem, Kaputtem so wieder was Neues machst und so deine eigene Tasche damit reinbringen kannst. So, das kannst du auch mit anderen Sachen machen, aber bei Autos finde ich es halt so, gucke ich gerne, finde ich cool. Und jetzt, das macht voll Spaß daran rumzuschrauben irgendwie. Solange es noch günstige Reparaturen sind. Ja, richtig. Aber, ich meine, du hast halt auch Glück. Also ich meine, dein Vater ist ja gelernter Kfz-Tler so. Kfz-Mechaniker und Ingenieur. Ist schon praktisch. Ich bin bald auch hoffentlich Ingenieur. Geht schon. Ja, ich hoffentlich auch bald, ne? Du brauchst halt nur den Platz und so eine Hebebühne hat halt auch nicht jeder zu Hause. Ja, richtig. Das ist schon Luxus. Nee, aber es ist eine spaßige Angelegenheit. Super. Ja. Ja, nee, wir wollten eigentlich über Star Wars reden noch. Eigentlich schon. Ich glaube, wir lassen das. Ja, zeitlich ist es ein bisschen schwierig. Aber für euch so, wir haben die Woche die Prequets von Star Wars geschaut. Genau. Und, ähm, ja. Waren entsetzt. Es war sehr spannend. Also ich war sehr begeistert von meinem Soundsystem und von meiner Anlage. Also von Anlage und Fernsehaut. Oh, die war sick. Das war echt geil. Funziert erstaunlich gut. Ja. Aber, ähm, die Filme waren eine Bodenlosigkeit. Ja, die waren kacke. Muss ich leider wirklich sagen. Ich bin ja auch weniger emotional anhänglich wie du, glaube ich. das ist für mich ein weniger emotionales Thema Star Wars wie für dich, glaube ich. Ähm, aber das war wirklich schlimm. Also das Ding ist, ich fand die Prequets noch nie gut. Also die haben mich noch nie gecatcht. Auch als ich jünger war nicht. Also ich bin immer noch Verfechter der Original-Triologie und Rogue One. So, das sind meine Lieblings- Star Wars-Filme so und das ist auch das... Das ist, glaube ich, auch kein Hot-Take so. Das ist auch, nee, auch so die Wurzel meines Fan-Daseins, sag ich mal, kommen von diesen Filmen so. Und alles andere ist schon bodenlos. Ja. Also die Prequets sind so kacke und wir reden da jetzt, glaube ich, nicht im Detail drüber. Aber es ist so ein bisschen einfach, die sind extrem schlecht geschrieben, die sind so schlecht gealtert. Also vor allem die Prequets sind jetzt richtig schlecht gealtert. Und ja, das alles führt halt dazu, dass man sich das anguckt und sich denkt, ach du Scheiße. What is happening? Ja. Nee, ist wirklich... Das war eine Bodenlosigkeit. Aber Dolby Vision. So. Kein Dolby. Ich hatte das Gefühl, alles ist Dolby Vision-Weißen ohne Fernseher ist gefühlt. Ja, ohne... Das habe ich mir auch schon gedacht. So, weil dieses Ding von Dolby Vision ist ja... Dieser Kontrast. Dieser Kontrast. Und ein OLED hat den natürlicherweise... Also logischerweise hat ein OLED den einfach. Ja, und dann so... Dieses YouTube-Video ist Dolby Vision. Huh. Dieses TikTok. Nein, aber... Wir reden jetzt nicht über Dolby. Dolby ist super. Dolby ist cool. Das ist ein geiles System. Ja. Ziemlich ein insanees Kino. Nee. Leute, äh... Ich würde sagen, ich würde mal fertig machen. War jetzt nicht so die typische Weihnachtsfolge. Weil auch... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so... Weihnachtsstimmung ist übersichtlich. Ja, das Wetter ist scheiße. Also ich weiß nicht, falls ihr es gemerkt habt. Aber draußen Sturmböen. Manchmal ist es warm. Manchmal ist es kalt. Und eigentlich pisst sie die ganze Zeit nur. Und es ist grau. Ist furchtbar. Ich glaube, aber das sind jetzt halt einfach unsere Weihnachten jedes Jahr. Und, ähm... Auch sonst ist es so kurz gewesen, die Adventszeit. Oder Weihnachtszeit. Ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, letzte Woche hat das angefangen. Und jetzt bin ich so drei Tage vor Weihnachten. Und das ist so... What the fuck? Und ich meine, ist auch so ein Ding so, also bei uns beiden halt einfach stressiger als erwartet. So. Und dann ist es auch so, du kommst halt... Eigentlich ist es so Weihnachten so besinnlich, wir runterkommen, Nostalgie fest, weißt du, das ist geil. Ist nicht passiert dieses Jahr. Ich bin null drin so. Es ist irgendwie... Nee, und das Ding ist so, dieses Stress, den mache ich mir auch selbst. Also ich weiß, dass ich objektiv gesehen wahrscheinlich schon nicht so wenig Zeit habe. Aber halt so dieses, irgendwie kommt für mich Weihnachten gerade einfach nur dazu. Ja. Das ist irgendwie nichts, worauf ich mich extrem freue. Ja, und das ist schade, weil vor einem Monat habe ich mich gefreut. Mir auch. Es war wirklich so Ende November, als der Weihnachtszeit frisch aufgemacht hat. Da habe ich mich echt gefreut. Ja. Und es ist halt vor ein paar Wochen gewesen und es ist komplett weg. Es ist ein bisschen schade. Aber das ist jetzt nicht das schöne Ende, auf das ich gekauft habe. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube so am 24. Das wird auf jeden Fall nett. Das wird cool. Es sind auch viele Leute wieder da, die weg sind zum Studieren oder so. Ja, das ist schön. In der Heimat. Das ist schon cool. Ja. Nee. Und irgendwie bin ich halt noch so kopfwerklich ganz woanders irgendwie. Ja, ich auch. Nächste Folge wird spannender. Das ist mal Jahresvorschau, ne? Mhm. Oh, und Rückschau. Alter. Oha. Filmranking? Unsere Top 3 Filme des Jahres 2023. Ja, ist übersichtlich, aber können wir machen. Könnte man. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Leute, ich hoffe, ihr habt euch nicht runterziehen lassen oder ihr fandet es unterhaltsam. Finde ich schön. Fände ich schön. So rum. Oh Mann, ey. Oh Gott. Reden ist schwierig. Ich glaube, wir sollten keinen Podcast machen. Ich glaube, es ist nicht. Ich habe es nach 103 Folgen, 104 Folgen gedacht. Jetzt reicht es langsam. Es war ein netter Versuch, aber ich glaube, es ist es nicht. Scheiße. Schade. Ne, ich hoffe, ihr fandet die Folge trotzdem schön unterhaltsam. Uns hat es hier immer Spaß gemacht. Also, oder? Ja. Ja, ne, komm. Selbstverständlich. So. Mir macht es hier immer Spaß. Freizeit. Ja. Ne, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Für uns war es immer schön. Schön, dass ihr zugehört habt. Freut uns wie immer sehr. Gerne mit Feedback. Schreibt in die Bewertung, wie ihr Michi findet. Und macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Schön noch viel Spaß in den ersten und zweiten Feiertag an den Pausebrückentagen. Und ja, dann guten Rutsch, oder? Ja. Hallo Leute. Guten Rutsch in 2024. Das kann nur besser werden. Ich hatte gerade das Gefühl, als ich es halbwegs positiv gebaut habe. Ich dachte, das ist positiver. Aber als ich es ausgesprochen habe, da kam es mir schon sehr negativ vor. Leute, es kann nur besser werden. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Viel Spaß, viel Freude und ja. Guten Rutsch. Kopf nur im Wasser halten, gell? Zeitstark. Glaubt an euch. Tschüss. Tschüss.